Time to get real! Fall, dass der Sound einfach scheiße klingt. Aber wir wollen jetzt erstmal zocken. Ihr seht natürlich hier, wir machen auch erstmal 720p jetzt gerade. Ich kann jetzt mit der neuen Methode auch 1080p, also Full HD aufnehmen. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal nur einfach wieder in den Flow reinkommen. Ich bin erstmal zufrieden, dass überhaupt das Gerät aufnimmt. So, und wir zocken. Ich würde sagen A91. Wir wählen aber mal noch... Wir nehmen Sturmsoldat, weil Granatwerfer ist hier in den Endgängen immer ganz gut. Wir machen ja natürlich wieder hier ein bisschen assi. M4 habe ich freigeschalten. Okay, nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen die A91, weil die eine hohe Feuerrate hat. Wie schon bei Battlefield 3. Starten würde ich mal sagen hier bei B rein. Wobei das ganz schön krass aussieht. Was habe ich denn für Granaten dabei? Impact Granaten, das ist schon mal ganz gut. Ja, ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach erstmal rein und los geht's. Boom, wir sind auf dem Schlachtfeld! Ich bin auch mit meiner eigenen Empfindlichkeit noch nicht zufrieden. Ich muss mich da noch ein bisschen einüben. Also ein bisschen reinkommen oder es noch höher stellen. Also ich komme mir teilweise manchmal ein bisschen steif vor. Und hier seht ihr, was abgeht mit 32 gegen 32 auf Operationsspint. Wir fucken hier mal eine Granate durch, einfach weil wir es können. Und haben da schon was gehittet. Wir fucken einfach mal noch einen hinterher. Sind natürlich hier Sturmsoldat mit ein paar Magazinen, Energiepaketen. Okay, da ist keiner. Wir sollten aber aufpassen, dass keiner von hinten kommt, was glaube ich gerade passiert. Okay, haben wir ein bisschen Scheiße geschossen, aber wir haben unsere Leute gerettet. Wie gesagt, ich bin noch mit meiner eigenen Empfindlichkeit nicht so ganz zufrieden. Oh, B wird eingenommen. Oh, das war eigentlich nicht der, aber... Okay, okay, okay. Oh, fuck, 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 fuck. Wir müssen uns mal kurz verpissen. Ich habe jetzt gerade teilweise, wenn wir so... Ich bin ja gerade auf dem Server gejoint und wenn du nicht so wirklich weißt, wie sich gerade das Schlachtfeld verteilt, ist man manchmal einfach mit der Situation überfordert. Was aber auch eine geile Sache ist. Kannst du nicht sagen, ne? Also, ich ziehe gerade ein bisschen Scheiße. Ist gerade meine erste Runde. Und ich bin ungeplant, weil ich hier keinen Plan habe, wo hier was abgeht. Und ich renne die ganze Zeit ins Feuer rein. Ich finde übrigens die kleinen Energiepakete besser als die großen. Vielleicht wechsle ich irgendwann, aber... Ich finde es eigentlich ganz cool, dass du halt... Wenn du einmal so ein Ding aufgenommen hast, da nicht stehen bleiben musst. Wir laden mal nach. Wir haben noch keinen gekillt, Alter. Was geht denn hier ab? Wir sollten vielleicht mal näher nach unten gehen. Macht auch keinen Sinn. Ich werde die Runde jetzt auch erstmal nehmen. Egal, wie die ausgeht. Ob ich jetzt auf den Sack bekomme oder sonst was. Einfach, um euch erstmal zu zeigen, dass es läuft. Ich hoffe mal, die Folge wird auch nicht zu lange, damit ich die direkt rendern kann und heute hochladen kann. So, wir checken mal kurz hier unten. Hier ist nichts. Ich würde... Ich kann auch gerade gar nicht einschätzen, wo hier was ist. Um ehrlich zu sein. Überhaupt... Okay, wir haben alles verschossen. Von uns wurde einer als HZ markiert. Okay. Wir sollten vielleicht jetzt mal durchgehen. Ich bin aber ein bisschen ängstlich. Laufen, 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 Leute. Einfach laufen. Hier, genau. Äh... Brauch Munition. Oh, fuck. Haben wir Granatwerfer schon bekommen, ey. Oh, 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 oh. Scheiße, die schießen auf meine Position. Hier, Energie für dich. Bleib stehen, motherfucker. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ey, lass mich hier einfach... Ich bin mit in Deckung. Okay, jetzt kriegen die da oben eine Granate rein. Ah, ne, die sind schon am Verrecken, oder? Ja, die sind schon am Verrecken. Unsere Kollegen regeln das gerade schon. Oh, jetzt habe ich gerade ans Mikro gehauen. Okay. Ich dachte, jetzt sind wir da neue hingekommen, aber das ist nicht der Fall. Oh, da kommen welche von hinten aus unserer Base raus. Okay, dann haben wir. Nachladen. Nur noch Elfschuss. Könnt ihr mal das Lean-Feature hier nehmen? Uh! Wir lehnen uns um die Ecke. Was ist da los? Oh, fuck. Wie wär's, wenn du mal stirbst, Kollege? Okay, wir haben zumindest den Kill-Bonus bekommen. Mir ist das aber gerade ein bisschen suspekt, dass wir genau die Flacke haben, die in der Mitte ist. Wir müssen jetzt mal was machen. Auch wenn wir jetzt vielleicht schon auf den Sack bekommen. Ups, gegen die Wand gerannt. Los, Leute, wir müssen das hier einnehmen. Wir gehen mal hier in den kleinen Raum rein. Damit wir ein bisschen safe sind. Die haben ja auch noch, die haben ja alles. Danke. Okay, der denkt sogar mit, das ist nice. Also, wir haben einen Supporter, einen Versorger, der Munition gibt. Alter, was ist da los? Ich würde gerne ein paar Impact-Granaten wieder bekommen. Ah, jetzt kommen sie rein. Oh, fuck, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie zu uns. Scheiße, nachladen, nachladen, nachladen. Ist er noch da? Kam jetzt einfach welche rein? Hier, Energie für euch, Motherfucker. Wir laden mal nach. Wir haben ja jetzt Versorger, die versorgen. Also können wir auch sinnlos nachladen. Da schmeißen wir ja keine Munition weg. Oh, fuck. Wieso ist meine Waffe gerade so weiß? Ach komm, ich habe doch eher geschossen sogar. Na gut, egal. Erster Def. Ich glaube, drei oder so haben wir gemacht. Also haben wir jetzt ein 3 zu 1 circa. Können wir zufrieden sein. Ist in Ordnung. Wie gesagt, gerade gejoint. Noch keine Runde gezockt. Und wir müssen, wie gesagt, erst mal ein bisschen gucken, wie es läuft. Oh, kurz husten hier. Lag da nicht gerade einer? Scheiße, sie kommen. Alter, wieso, wenn ich bei dieser scheiß Klemmer liege, dann kommt... Fuck. Okay, das war zumindest schon mal ein Hit. Zack, noch eine Granate. Kurz hier checken. Alter, die Waffe, wieso blendet die so komisch? Also Battlefield hat noch so ein paar kleine Bugs, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so schön. Oh, da haben wir eine Unterstützung. Toll. So, wir rotzen mal einen direkt hier auf den Boden. Da haben wir was gehittet. Jetzt muss er aus seinem Versteck rauskommen, sonst ist er tot. Also, wir haben sogar Hilfe, ähm, Killhilfe bekommen. Und ab 75% zählt er auch als eigener Kill, was ganz nice ist. Oh, fuck. Da haben wir einen gekillt. Mit einem Granatwerfer. Ach, fuck. Und da kam er nur durchs Loch. Haben wir jetzt vielleicht sogar Sturmsoldaten, die wiederbeleben? Nein, haben wir nicht. Aber das... Ja, egal. Egal, egal. Wir sollten vielleicht doch die Waffe wechseln. Ich bin gerade nicht so ganz zufrieden mit der. Ich würde mal sagen, wir zocken hier die SG553. Die ist zurzeit meine Lieblingskarabinerwaffe. Okay, hier ist ein bisschen viel Stress. Ich würde sagen, wir sollten erstmal an den Punkt starten, wo wir das auch ein bisschen kontrollieren können. Was hier nicht unbedingt der Fall ist, also außer Deck... In die Deckung. Ich habe so ein bisschen Angst, dass hier was von unten kommt. Oh ja, hier werfen zumindest Leute Granaten. Also hier kommt was. Wir gehen mal mit. Was sagt er? Nichts. Ah, okay. Unsere Leute sind schon vorne. Also... Und werden nicht beschossen, also können wir auch mal ein bisschen unseren Arsch bewegen. Okay, da ist einer verreckt. Okay, dann... Alter, ich habe gerade echt irgendwie... Also zielen ist nicht, aber wir machen Kills. Das sollte uns erstmal reichen. Oh fuck, jetzt kam einer von oben. Schade, wir haben gerade so eine schöne Sneaky-Position gehabt. Und der... Lutscht uns hier weg. Na jetzt... Oh, oh, ich wurde wiedergeholt. Ich wurde wiedergeholt. Alter, was da los? Wir haben echt Sturmsoldaten und Versorgung, die ihren Job erledigen. Was ist da los? Okay, dann lass uns mal vorstoßen hier. Also die Runde läuft jetzt nicht unbedingt so premium, aber wir machen Kills. Direkter Treffer? Ne. Impact-Granate. Boom. Impact-Granate. Boom. Kill. Und Granate hinterher. Hier ist eigentlich alles nur mit Granaten fucken und... Sinnlos reinrotzen auf... Operation spinnt, wenn da 64 Mann sind. So wirklich... Geplant macht da keiner was. Und dann rennst du halt hin und wieder einfach so in deinen Tod rein. Oh, da holt jemand die Leute wieder. Bin ich mit dabei? Ne. Ich lag aber auch relativ... Genau vor der Tür. So, gehen wir jetzt bei C rein. C blinkt gerade. Aber da sind noch relativ viele... Alter, wie die jetzt alle gerade über... Alter, was ist hier los? Ja, wir gehen mal von B. Wir gehen mal von B. Mal schauen, ob wir... Ob das eine gute Idee ist oder ob wir gerade einfach nur in den Tod ran. Oh, fuck. Okay. Zwei Leute weggelackt. Weil keiner drauf geachtet hat. So, wir gehen mal hier durch den Tunnel. Oh, da kommt einer. Da kommt einer. Oh, fuck. Jetzt war ich nicht drauf. Ich war nicht drauf. Fuck it. Okay. Oh, was ist denn das hier gerade von Leck? Wir gehen mal hier durch. Alter, was ist denn das gerade von Leck? So ein merkwürdig. Okay, da ist keiner mehr. Oh, fuck. Nachladen, nachladen. Da war noch einer. Den haben wir. Hier kommt keiner hoch. Ihr Motherfucker. Bleibt, wo ihr seid. Impact-Granate für dich. Falls noch einer ist. So, wir laden mal nach. Habe ich mich gerade mit meiner... Mit meiner eigenen Granate gehettet. So, Granatwerfer raus. Wir rotzen einfach mal jetzt hier rein. Okay, nichts gehtet. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Video schon gesagt habe. Aber ich finde den Defibrillator relativ sinnlos. Weil der extrem schlecht getimt ist. Also, der wird wahrscheinlich noch gebalanced. Deswegen habe ich jetzt gerade den Granatwerfer dabei. Weil eigentlich bin ich ja schon der nette Typ, der Leute wiederbelebt. Aber das geht halt gerade nicht. Ach, schade. Ich habe gedacht, ich kriege ihn mit der Pistole weg. Aber vielleicht werde ich wiederbelebt. 1% Energie hat er noch. Willst du mich verarschen? So, die sind jetzt gerade relativ... Wir könnten jetzt eigentlich mal bei dem hier spawnen und snipen. Und dann die ganze... Ja... Okay, wir machen eine andere Technik. Und zwar, wir nehmen eine DMR. Hoffentlich ist der noch nicht zu weit vorne. Ne, okay. Und wir joinen da rein. Und jetzt versuchen wir... Oh, da haben wir was. Und jetzt heizen wir einfach in den Haufen da rein. Und machen Kills. Wir legen uns am besten noch hin. Oh, und ja. Da haben wir leider das Problem, was Battlefield zur Zeit noch hat. Es stürzt relativ häufig ab. Das ist jetzt ein ganz normaler Bug. Der passiert zur Zeit jedem. Und ja. Ist nicht unbedingt schön. Und es buggt bei mir gerade sogar der Ton rum. Also, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. War jetzt gerade nicht die Hammer-Runde. Aber ich würde sagen, es war okay. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye, Leute. Und ciao.